Das geht mir auf die Nüsse. Vor allen Dingen, ich wollte das Messer haben. Nee. Okay, ich speichere nochmal. Äh, okay, gespeichert? Alright. Alright. Okay. Das ist ja immer so ein N... Okay, und hier, hier, pass auf. Wir schmeißen was nach ihm. Die... Was? Hier. Ja, schmeiß es drauf. Schmeiß auf ihn drauf. Oh Gott. Okay, okay, und dann... Hier. Wie wärs mit... Anzünden, zünd ihn an. Los, zünd ihn an. Man braucht immer einen Plan. Man braucht einen Plan immer bei dem Ding. Warum, warum? Ja, ich... Du musst das... Das Messer, Mann. Du musst auch das Messer nehmen. Wirklich. Krieg hier die Krise. Wo war das denn da unten, ne? Weißt du, jetzt erst, wo der Typ zum fünften Mal uns angegriffen hat... Oh, vielleicht sollte ich mir mal ne Waffe holen. Hu 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 hu. Echt, ey. Dackrische Plack. Diese Logik vom Spiel. Jeder gute... Survival... Mensch weiß... Ach so, jetzt muss erst auf den Boden fallen, weil dann kann ich's erst... Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Okay, ich muss lernen, dass man hier viel speichern muss. So, dich mach ich alle. Was soll denn das? Es ist so gemein. Blut. Oh nein. Nicht das Mädchen. Nicht das Mädchen. Oh nein. Okay, nicht hoch. Hier unten lang. Ja, hier lang. Oh geil, dass ich auch nicht auf das Blut drauf latschen kann. Speichern. Oh, Blut. Ich kann nicht vorbei. Wirklich. Okay. Oh Gott. Okay. Sissi. Was hast du gemacht? Sissi, was ist los? Oh nein. Ihr Arm. Ist es nicht so schlimm. Ja, blutende Arme sind normalerweise ein Grund zur Besorgnis. Ich vertraue dem Scheiß nicht hier. Ja, ich... Komm, besorg dich mal um sie. Hehehe. Hehehe. Oh. Was passiert nur mit euch? Was ist los? Was ist passiert? Silly? Was ist los? Ich bin in ein Loch gefallen. Ja, ich meine, die Box scheint ja wohl echt total der Burner zu sein. Hm. Ist denn das der Ex? Und das ist gerade ein bisschen verwirrend. Also die... Oh, Musik. Er hat mich verlassen, aber das Hotel war unser Special Place. Da habe ich die Box verloren. Das heißt, der Crooked Man und sie waren ein Paar. Ich dachte, ich kann alles vergessen, aber die Erinnerungen kommen zurück. Ja, kein Wunder, wenn ihr zu dem Ort zurückgehst, wo ihr zuletzt warst. Äh. Warum... Warum habt ihr die Beziehung beendet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Was sind denn alle so eine weinerlichen Pupsis hier, ey? Mama, ich bin nicht liebenswert. Keiner liebt mich. Wirklich. Found a key to somewhere. Hervorragend. Das hilft mir. Na gut. Dann werde ich mal versuchen, den Schlüssel zu irgendwo zu benutzen. Den Schlüssel zu irgendwo, wirklich. Okay. Kommt jetzt schon wieder der Crooked Man. Wieso bist du so, David? Wieso, wie was? Du bist immer ein Ja-Sager. Du gehst immer mit dem Flow. Hast du überhaupt eine eigene Persönlichkeit? Ja toll, vielen Dank. Ja, ich... Ich... Ich versuch das schon. Ich seh das nicht so. Wer denn jetzt? Wer sie denn jetzt? Du bist nicht nett. Du bist einfach nur... Wer ist denn indecisive? Wer ist denn indecisive? Unentschlossen. Du bist... Please, ich bin... Ich denke immer an dich. Ich bin... Ich... Ich... Ich war mit Pen in the ass, ja... Was ist sie denn für eine? Du verstehst... Ich... Danke, David, für alles. Ja... Toller... Toller Breakup, wirklich. Wir können auch drüber reden. Shirley! Shirley, don't go! Na, ne Erinnerung, oder was? Erinnerungsflash? Freundlichkeit ist alles, was du hast. Sissi und ich sind genau gleich. Wir... Wir wollen nicht vergessen. Ja... Sie liebte mich nicht. Oh... Ich fühlte mich wertlos. No... Ich speichere jetzt echt alle zwei Sekunden, ey. Bei dem scheiß Crooked Man. So, wir haben ein Messerchen. Äh... Genau, wir haben Schlüssel zum irgendwo. Hier. Somewhere Key. Dann öffnen wir alle verschlossene Türen. Oh. Das nennt man mal ein Jackpot, ey. Wie geil. Hast du tausend Türen im Hotel? Und ich finde... Die, ähm... Einzige Tür... Die zu öffnen ist sofort. Geil. Dann sieht man mal meinen... Uh... Der Hinterhof. Fancy Schmancy. Hier nochmal einen Schluck von diesem Getränk. Äh... Oder... Oh Gott. Okay. Ein... Was ist denn da? Die Box für Sissi. Oh, Sissi. Deine Box. Oh Gott. Ein... Ja. Die Box für Sissi. Speichern. Weil wir wissen ja, was gleich passiert. Kann man hier noch rumgucken? Nee. 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 Nee, nee, nee. Sissi, Sissi. Welcher Raum war nochmal deiner? Vergessen. Welcher Raum war denn jetzt Sissis Raum? War die hier oben? Nee, da war der kaputte. Okay. Äh... Ach, da unten. Ja, wir müssten ja... Hä? Ich muss ja nur dem Blut folgen. Wo ist Sissi? Einfach dem Blut folgen. Das war damals schon so und das ist heute noch so. Hä? Hm. 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 Was ist Sissi? Naja. Natürlich. Naaatürlich. Naaatürlich. Wo? 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 Wo muss ich hin? Oh, jetzt laufe ich auch grad viel schneller. Ja. Die Frage ist ja, wo ich hin muss. Oh nein! Die, die... Äh, 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 äh. Ich guck einfach mal in die, in die großen... Die Musik ist total furchtbar. Wird immer lauter. Da! Oh nein! Okay! Come on! Ich mach dich alle! Ja, los! Hau ihn kaputt! Hau ihn kaputt! Yes! Hau ihn kaputt! Hau ihn kaputt! Hau ihn kaputt! Äh... Oh, ich muss speichern? Okay. Das Spiel ist ja total schwer. Oh, ich hab vergessen noch auf Aufnahme zu klicken. Ich versuche... Ich meine, wie kann ich ihn denn besiegen? Wenn ich eh immer sterbe. Ah, in das Sofa! Haha! Oh yeah! Ich hab ihn eingetrappt! Ich hab ihn eingetrappt! Das ging ja einfach. Einfach in... In... In das Sofa... Eintrappen! Sorry, dass ihr den Anfang verpasst habt, wie ich zwei Schläge bekommen hab. David! Oh nein, David! Oh yeah! Oh yeah! Ich habe das blöde Monster besiegt! Pänt, pänt, pänt! Also... Bist du in Ordnung? Ja, na klar! Ich hab grad das Monster besiegt! Warum er immer denkt, dass es nicht hinterher kommt? Wir haben es... Angezündet! Wir haben es in ein Loch geschickt! Wir haben es gerade, ähm... Mit 50 Stichen versorgt! Und trotzdem kommt es zurück! Hm... Oh... Na, was ist denn mit Sissi los? Warum musste das passieren? Warum hat es uns angegriffen? Ja... Weil... Äh... Ich wollte einfach... Ich wollte ihn nicht vergessen. Ich wollte... Seine Erinnerungen behalten. Hm... Kann er not even laugh him? Ich versteh nicht, warum sie das auf sich beziehen, wenn ein Monster kommt. Oh nein... Och, Kindchen... Herzschmerz ist schon ziemlich hart. Ich würde aber in dem Fall nicht einfach... Ähm... Oh, ich muss mich entscheiden. Äh... Bitte weinen nicht! Weinen hilft nicht! Ich weiß aber, wie du dich fühlst. Du musst weitermachen. Du weißt, oder? Weiß das, oder? Du kannst nicht so weitermachen wie bisher. Irgendjemand wird das verstehen. Aber bitte weine nicht! Weinen ist eigentlich ganz gut, habe ich gehört. Wenn man weint, das löst Gefühle, das löst Stress. Das ist eigentlich ziemlich gut. Du lässt mich nicht mal weinen. Äh... War das die falsche Antwort? Hier, ich habe deine Box gefunden. Hier, deine Box. Du hast dich entschieden, alles zu vergessen. Ja. Und was ist in der Box? Was ist in der Box? Ich kann nicht so weitermachen. Ich kann nicht... Ja, du musst ihn vergessen. Auf alle Fälle musst du ihn vergessen. Oh. Oh, alright. Yeah! Attagirl! Genau! Smash the things! Einfach alles zu stören. Ich gehe nun! Ja. Ich hoffe, du findest was. Ich weiß nicht genau, wonach wir eigentlich suchen. Oh Gott, oh Gott! Was? Gott! Nein! 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 Noin! Nein! Oh Gott! Nein! Nein! Was? What? Das war das Spiel? Das glaube ich ja wohl nicht. Na super. Äh, habe ich nicht noch gespeichert zwischendurch? Doch mal, warte mal. Ach ja, kann ich nicht. Okay. Komm hierher, komm hierher. Komm. Komm. Hier, ich muss dich wieder trappen. Nein! So. Getrapped, 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 getrapped. Dass man nicht sehen kann, wie viel... Wie viel er hat. Ich meine, das war... Okay, da muss ich also was anderes fragen. Ich gehe mal hier durch den Schnelldurchlauf. Ihr kennt das ja schon. Ich ruhe mal vor. Sissi. Ein Wimp zu sein, ist nicht schlimm. Du fühlst dich vielleicht wie ein... Eine Sissi... Sie heißt doch Sissi. Ist das denn so schlimm? Ah, okay, er... Jetzt eröffnet er sich. Okay. Und das ist besser, als zu sagen, weine nicht? Na gut, vielleicht, ja. Hm. Aha, du warst neidisch auf Paul und Marion. Ja. Und was ist nun? Maybe it's a wonderful thing. Okay. Ich gebe nicht auf. Danke dir, Sissi. David. Hm. Smutsch, smutsch, smutsch. Hier. Ach, stimmt. Die Box. Danke, David. Ich versuch's. Ja. Hm. Smasht sie das trotzdem? Ich hab einen Schlüssel. Hab ich einen Schlüssel? Ah. Ah. Das war in meinem... Wo haben wir den Brass-Key her? Hm. The key from my house. Der ist von zu Hause, genau. Der war doch von zu Hause. Okay. Der vorherige Besitzer ist also der Lover von Sissi? Ist das auch der Crooked Man? Hm. Wer ist drin? Was ist drin? Ein Stück Papier? Dissi, Sissi, ich will mir das anschauen. Okay. Das gehört also zu den Papieren, die wir schon gefunden haben. Noch eine Adresse. Oh nein. Da gehen wir hin. He wasn't here? Dich hat ein scheiß Monster attackiert. Ich würde mal sagen, er ist da. Ist euch aufgefallen, dass da oben links die Busche... Busche, Büsche, Büsche, Büsche. Die Busche, Büsche, Büsche aussehen wie Gesichter. Und rechts auch. Oh Gott. Ah, sie bringt ihn nach Hause. Oh Gott sei Dank. Merke, man muss den Leuten sagen, was sie hören wollen. Oh Gott, ich dachte gerade, die attackiert mich. Ja, krass. Lingering scent of dreams. Check this out. Warum willst du den überhaupt sehen? Ach, ich verstehe ihn nicht. Okay. Gottes Willen. Wie viele Kapitel hat das Spiel? Ich krieg die Szene. Ich krieg die Krise. Speichern. Nun. Äh, muss eigentlich gleich aufhören. Ja. Aber wir gucken uns nochmal an, worum es als nächstes geht. Damit ihr schon mal ein bisschen angeteasert seid. Ganz famos. Was ist das denn? Das ist eine verlassene Schule. Großartig. Großartig. Julia Stone. Okay, die ist also zum Abriss vorgesehen. Hier, guck mal, diese scheiß Gesichterbüsche, ey. Na gut, dann mal rein. Nimm den Feier, ist den Geschirr. Nimm ihn. Wir suchen einen Mann, der uns versucht umzubringen. Oh, nee. Der Frauen... Okay, wir können irgendwo reingehen. Kann man hier hin? Okay. Okay. Und zur rechten Seite? Oh, ja. Uh, ich möchte einen Drink. Mano. Und noch ein Feuerlöscher. Okay. Was gibt's hier? Stacy Lissy. Ein Schlüssel. Ah, Infirmary. Das ist die, ähm... Infirmary ist hier, hier, hier. Krankenstation. Okay. Don't lose the key. Das scheint wichtig zu sein. Hm, ich hab aber grad keinen Bock. Achso, das hätte ich vielleicht vorher lesen sollen, bevor ich die Schlüssel genommen hab. Okay. Alright. Okay. Oh, eine Box. Ja, full of Equipment. Nimm das Equipment. Oh. Mir dolcht. Ich bin hier nicht allein. Achso, okay. Achso, haha, guck mal. Das ist dasselbe. Derselbe Raum. Äh, runter oder hoch? Runter. Okay, Keller. Boxen. Ich hab aber auf alle Fälle den Schlüssel zur Infirmary. Na gut, die ist wahrscheinlich oben. Okay. Wir gehen in einen Hof. Hm. Hm. Hallo, hallo. Wer ist hier in diesem verlassenen Gebäude? Hallo. Hm. Überall diese Feuerlöscher machen mir auch ein bisschen Angst. Na gut, ich belasse es mal dabei. Das nächste Mal schauen wir uns an, wie es weitergeht in der Schule der Verlassenen. Ja, bisher tolles Spiel. Gemein, gemein, gemein. Ja, ich bin hier. Vielen Dank.